Ich habe Angst. Angst vor meinen Träumen. Wie war denn nochmal Ihr Name? Daniel Stiel. Wie oft wären wir am liebsten in die Vergangenheit gereist und hätten etwas verändert, in dem Glauben, dass dann alles gut wäre. Was war denn noch mal genau das Anliegen? Dass ich Träume habe. Jungs. Aufwachen, Mann. Wir müssen raus. Zeitumstellung, du Träumer. Wenn ich was träume, dann passiert auch was in der Wirklichkeit. Na gut, ich sehe, wir haben noch sehr viel zu arbeiten. Scheiß Traum. Ja. Ja. Ich sehe, wir müssen los делать. Ich sehe, wir müssen Loser. 懂.